Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Zeug ist für unser Haar überhaupt nicht geeignet Oh mein Gott Perret, bist du das? Du siehst so durchtrainiert aus Ich bin überrascht, dass sie sich noch an mich erinnert Ist doch klar, sie war in der Liberace von Zendusky Ich soll eine tote Schlampe wieder menschlich aussehen lassen War sie eine Nervensäge? Sie war ein anspruchsvolles republikanisches Monster Klingt nach Albtraum Ich habe sie vergöttert Auch wenn ich sie nie richtig gekannt habe, sollen sie wissen, dass sie mein Leben verändert haben Du bist echt richtig goldig Perret, bist du da Bo gro Po Los Angeles!